Die Fahrt mit der Uppertaler Schwebebahn zum historischen Bahnhof. Wir fahren hier direkt über der Upper bis zum historischen Bahnhof. Die Schwebebahn in Uppertal ist einmalig in Deutschland und wahrscheinlich auch in der Welt und führt direkt über der Upper. Wir fahren jetzt mit dem Bahnhof ein. Upperfeld heißt dieser Bahnhof. Ja.